Herzlich Willkommen bei seinungswandelbau.tv. Heute mal ein Blick über den Zaun beim Zwischenangriff Rosenstein. Die nächste Deckenplatte wird betoniert und zwar für die Richtung nach Bad Cannstatt. Rechts der Tunnel Richtung Stuttgart ist ja schon komplett fertig vom Rohbau. Also Inhalt vom Zwischenangriff. Und letzte Woche erst im Bild unten. Der Abschnitt der Deckenplatte fertiggestellt und heute geht es schon wieder an den nächsten. Mit der Webcam sieht man, die Schalung ist hinten beim Anschluss an die Runde auch schon drin. Und hier vorne ist die Armierung weitgehend fertig. Hoppla, jetzt habe ich ein bisschen... Wo sind wir denn da? Die ist weitgehend drin. Also da kommt dann auch bald die Betonpumpe vorbei. Jetzt ist erstmal eine kleine Pause angesagt. Mischerwechsel. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! oh Untertitelung des ZDF, 2020